ja moin das war jetzt tag drei ich habe euch mal nicht gelangweilt mit ernten der umbau ist geblieben sache spinnerei hat jetzt nicht gereichert noch 300 rupien ein behauptet jetzt hinzustellen wollte ich jetzt auch nicht 20 minuten kann ich hier noch mal vier stunden auftrag geben da läuft in acht stunden drin also das war ganz langweilig nur ernten einsamen auftrag geben das war tag 3 also nichts besonderes passiert deswegen auch noch ganz kurzes video wir fehlen jetzt noch 15 basmati für den schadri und 10 saris fehlen mir nur noch das heißt ich kriege hier noch zehn das gibt hier noch mal vier stunden das sind noch 19 stunden da dann noch mal vier dann noch mal vier das heißt heute abend schon am dritten tag habe ich die schadri fertig das ist gar nicht zu vergleichen mit vorher nach sechs tagen also hälfte der zeit nur durch einmal hauptquartier bonus und einmal saris bonus naja so das war jetzt wirklich tag drei und dann sehen wir uns zu tag vier wo dann der nächste umbau stattfindet bis dann tschau